Bist du fit für deine mündliche Jagdprüfung? Teste dein Wissen mit unserem Audiotrainer. Es erwarten dich Prüfungssimulationen im Frage-Antwort-Format. Trainiere mit Hilfe von originalen Prüfungsfragen aus verschiedenen Bundesländern, oft gestellten Prüfungsfragen gesammelt durch unsere Jagdschulpartner und Angstfragen gesammelt durch unsere Community. Du kannst den Audiotrainer als längeren Begleiter über mehrere Wochen nutzen. Als Lernbooster kurz vor deiner Prüfung verwenden und mit unseren Online-Kursen kombinieren. Integriere das Lernen in deinen Alltag. Durch die Offline-Funktion der Jägerschmiede-App bleibst du immer unabhängig. Starte jetzt richtig durch und buche deinen Zugang auf jegerschmiede.de. Wir freuen uns auf dich. Jeff Zell